Ich grüße euch hier zum zweiten Weihnachtsfeiertag erstmal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit bisher her und genießt heute noch euren freien Feiertag, bevor es dann vielleicht für viele morgen wieder an die Arbeit geht. In diesem Video möchte ich euch kurz erklären, was in der letzten Zeit hier auf unserem Kanal passiert ist. Und darum gibt es jetzt für mich so eine kleine Zusammenfassung zu einem unschönen Ereignis. Ich habe Ende November von Amazon eine E-Mail bekommen. Wir nehmen ja am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann schaut auf jeden Fall auf dem Zweitkanal vorbei. Da erkläre ich das hier in den nächsten Tagen. Aber ich musste dieses Video leider heute etwas eher bringen, aber werde auf dem Zweitkanal informiert. Thema Partnerprogramm, das heißt, wir nutzen diese Amazon Affiliate Links. Das ist ja dieses Affiliate Marketing. Das heißt, wir platzieren die Links unter den Videos zu den Produkten. Und wenn ihr darauf klickt, das steht auch nochmal in so einem kleinen Text immer darunter, bekommen wir, wenn ihr was kauft, so eine kleine Provision. Die liegt so zwischen 5 und 10 Prozent, je nach Kategorie. Und damit finanzieren wir unter anderem unseren Kanal zusätzlich zu den Partnershops, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil wir müssen die ganze Sache ja auch irgendwie finanzieren. Die Produkte, Zeit und Arbeit und so weiter. Wisst ihr ja schon Bescheid, keine Neuigkeit. Amazon hatte mich Ende November kontaktiert, dass ich diese Affiliate Links auf Seiten Dritter platziert haben soll. Das ist so ein Punkt, der natürlich 100 Prozent gegen die Teilnahmebedingungen verstößt. Und da mir das bewusst ist, würde ich auch niemals irgendwelche Affiliate Links auf Seiten Dritter posten. Speziell wurde dann das Thema YouTube Kanäle angesprochen. Das heißt im Umkehrschluss, ich soll meine Affiliate Links in Kommentarsektionen anderer YouTube Kanäle gespammt haben. Was erstmal aus technischer Sicht total unlogisch ist, aber dazu kommen wir gleich. Nun hat mir Amazon so eine Woche Zeit gegeben, diese Links zu löschen. Problem ist nur an der Sache, ich habe die Links nicht verteilt. Das heißt, ich weiß auch nicht, wo diese Links sich aufhalten sollen. Auf meinem eigenen Kanal nutze ich hin und wieder auch einen Affiliate Link in den Kommentaren. Das ist aber völlig legitim, weil das meine eigene Plattform ist. Das heißt, ihr dürft hier die Links unter die Videos posten bei Facebook und so weiter und auch in die Kommentarsektion eures eigenen Kanals. Da spricht ja nichts dagegen. Das ist ja eure eigene Plattform. Aber mir wurde ja vorgeworfen, dass ich diese Links auf YouTube-Seiten dritter Personen verteilt haben soll. Und jetzt kommen wir hier zum Punkt der Sache. Wenn ihr einen Link zum Beispiel auch unter meinem Video postet, wandert dieser Link inklusive eures Kommentars erstmal in den Spam-Ordner rein. Bei YouTube selber und er muss selbst von mir per Hand freigeschalten werden. Manchmal kommen ja auch so Spam-Links rein von irgendwelchen Flirt-Seiten und so weiter. Das klicke ich natürlich alles weg, wird alles gelöscht. Und genauso muss es auch mit den angeblich geposteten Affiliate Links von mir gewesen sein. Wenn ich wirklich solche Links gepostet hätte, dann würden diese bei dem Kanalbetreiber erstmal in den Spam-Ordner wandern und er müsste sie per Hand freigeben. Und da frage ich mich so ein bisschen, wer würde Affiliate Links von anderen Personen auf seiner eigenen YouTube-Seite oder in seiner eigenen Kommentarsektion freigeben? Das ist schon der erste Punkt, total unlogisch. Das zweite ist natürlich, ich weiß, dass man sowas nicht machen darf. Das ist ja auch völlig unlogisch. Man platziert ja keine Werbung auf Plattformen anderer Personen. Das wäre wie, als wenn ich mein Werbelogo auf euer Auto draufklebe. Das ist total sinnlos eigentlich. Dann habe ich am nächsten Morgen Amazon eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, wo befinden sich denn diese Links? Weil ich muss ja irgendwie was in der Hand haben, um dagegen vorzugehen. Also wenn ich die Links schon selber nicht gepostet habe, dann muss ich ja wenigstens Amazon sagen, hier, guckt mal, die Person, die den Link gepostet hat, das bin ich. Und daraufhin hat mir Amazon wieder eine E-Mail zurückgeschrieben mit einem ganz normalen Textbaustein, so wie vorgefertigt, wie man das immer in den meisten E-Mails kennt von Amazon, dass sich da mehrere Personen beschwert haben sollen bei Amazon selber, dass ich diese Links auf Seiten dritter verteilt haben soll. Das bringt mir erst mal effektiv null, weil ich immer noch nicht weiß, wo diese Links sich aufhalten. Daraufhin habe ich erst mal alle Affiliate-Links aus meiner eigenen Seite, aus meiner eigenen Kommentarsektion rausgelöscht, was erst mal total unsinnig ist, weil die können nicht daran schuld sein. Habe es aber einfach zur Sicherheit gemacht. Dann habe ich auf die Antwort-Mail von Amazon wieder geantwortet und gefragt, wo befinden sich denn diese Links. Ich habe dann auch noch mal meinen YouTube-Kanal mit verlinkt, dass Amazon nicht denkt, dass ich auf einem Kanal Links verteile, obwohl das mein eigener Kanal ist. Auch da kam keine Reaktion. Es kam einfach nur die Antwort, Sie verstoßen gegen Paragraf 8 der Teilnahmebedingungen, Ihr Account wird gesperrt und so weiter und so weiter. Entfernen Sie bitte die Links. Ja, das war jetzt die zweite Mail schon, wo ich rausfinden wollte, wo sich diese Links befinden. Daraufhin habe ich dann erst mal bei Amazon angerufen. Da kommt man ins ganz normale Kundencenter. Es gibt keinen direkten Telefonkontakt zum Partnernetz selber. Also man wird dann immer nur weitergeleitet beziehungsweise man gibt dann im normalen Kundencenter sein Anliegen ab, seine Probleme. Und das wird dann immer an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Man bekommt weder eine Adresse, also eine E-Mail-Adresse, man bekommt weder eine Telefonnummer noch irgendwas. Es ist einfach, wird weitergeleitet. So, Sie bekommen innerhalb der nächsten drei Tage dann eine Antwort. Problem an der Sache ist aber, dass ihr nur dieses sieben Tage Zeitfenster habt, um das Problem zu lösen. Das heißt, mehrere Personen beschäftigen sich jetzt mit diesem Fall. Person A schaut immer noch auf die Seiten, wo die Links sein sollen und guckt, ja, sind immer noch da, wo auch immer. Und Person B bearbeitet jetzt den Fall und gibt das weiter. So, das Problem ist aber jetzt, wenn ich dann drei Tage auf eine E-Mail warten muss, dann vergehen wieder drei Tage, in denen ich das Problem schon längst hätte lösen können, wenn ich überhaupt was dagegen machen kann. Nach drei Tagen kam dann eine Antwort mit demselben Text, der am ersten Tag kam. Das heißt, Sie haben gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Sie haben Affiliate-Links auf Seiten Dritter verwendet. Ja, das wusste ich schon. Das kam schon in der ersten E-Mail. Also ihr merkt, das ist ein ewiges Hin und Her. Und ihr merkt natürlich, dass ich deswegen auch ein bisschen angepisst bin. Ganz logisch würde jeder an der Stelle sein. Das heißt, ich habe wieder angerufen, habe wieder den Fall geschildert und habe zum vierten Mal jetzt nachgefragt, wo sich die Links befinden. Und habe extra gesagt, dass ich da nichts machen kann, wenn ich nicht weiß, wo sich die Links befinden. Habe auch dann nochmal erklärt, dass es durchaus hier zum Missbrauch dieser Amazon-Links gekommen sein kann. Das heißt, eine Person nimmt meinen Link, kopiert ihn ganz einfach und stellt ihn unter ein anderes Video. Macht davon einen Screenshot, nimmt dann mein Logo, setzt das drüber und schickt diesen Screenshot an Amazon. Das nehmt ihr dann schon als Nachweis dafür, dass diese Links gepostet wurden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der passiert sein könnte, weil ich kann mir das einfach nicht anders erklären. Die nächste Vermutung, die ich habe, dass es da Personen gibt, die mit Amazon eng in Kontakt stehen und die auch sonst von Amazon Informationen bekommen, die so für den normalen Privatanwender gar nicht verfügbar wären. Ich denke da vor allen Dingen an die Black Friday Woche, wo auf diversen Kanälen Videos hochgeladen wurden, die für den normalen Käufer gar nicht ersichtlich waren. Das ging da um die Angebote. Aber dazu kommen wir nochmal in einem extra Video hier auf meinem Zweitkanal. Also ihr merkt, es war ein ewiges Hin und Her und damit ist diese Zeit immer weiter verstrichen und ich war 100% machtlos. Ich konnte nichts machen. Ich habe immer wieder dieselbe Frage gestellt. Wo befinden sich diese Links? Ich kann nichts dagegen tun, weil ich nicht weiß, wo sich diese Links befinden. Ich habe insgesamt dann viermal, vier oder fünfmal angerufen bei Amazon. Immer wieder dasselbe geschuldet. Es wurde immer wieder weitergeleitet. Dann wurde ich zum Amazon-Verkäuferportal verwiesen, was komplett unlogisch ist, weil ich kein Verkäufer bin. Das habe ich auch in dem Telefonat mehrmals betont. Es ist ein absolutes Chaos und ich will, dass ihr darüber Bescheid wisst, weil ihr sollt sehen, mit was wir hier zu kämpfen haben. Und zusätzlich wurde ich dann auch nochmal zum Performance Center von Amazon verwiesen. Da habe ich natürlich auch nochmal das ganze Problem geschildert, obwohl es total easy ist eigentlich. Und auch da kam einfach nur die Nachricht zurück, wir haben gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Wir müssen leider die Partnerschaft kündigen. Alle Werbeeinnahmen, die sie bis dahin generiert haben, werden einbehalten. Das sind so die letzten zwei bis drei Monate. Und das ist für uns Kapital, was jetzt wirklich fehlt, um den Kanal weiter zu betreiben. Jetzt aber der ganz wichtige Punkt. Wir können auch ohne die Amazon-Einnahmen weiter existieren. Es geht nur darum, ihr müsst bedenken, wir bekommen nichts von den Herstellern geschenkt, gesponsert, irgendwelche Sachen zugeschickt. Wir werden bezahlt für irgendwelche Tests, um euch hier das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das passiert auf anderen Kanälen. Und auch da gibt es noch genug Infos auf meinem Zweitkanal. Ihr merkt, ich mache immer ein bisschen Werbung für meinen Zweitkanal, weil ich das ein bisschen vom Hauptkanal trennen will. Diese ganze YouTube-Sache Influencer habt ihr ja schon auf dem Zweitkanal gesehen. Und hier geht es wirklich eigentlich nur um das Thema Autopflege, aber das Video kommt auch hier auf dem Hauptkanal, weil ihr Bescheid wissen sollt, was hier abgeht. Wir haben auch jetzt von unserem eigenen Kapital einen Anwalt engagiert, der diese Sache nochmal genauer beleuchten soll. Das heißt, wir wollen herausfinden, wer hat diese Links platziert, wo wurden diese Links platziert. Dann wird auch nochmal mit Amazon Kontakt aufgenommen. Und vielleicht können wir dann wieder am Amazon-Partner-Programm teilnehmen, weil das ist einfach eine Einnahmequelle für uns, die einfach wichtig ist, um diese ganze Sache hier weiter zu betreiben. Wir betreiben diesen Kanal hobbymäßig und können nicht dauerhaft unser eigenes Kapital einsetzen. Ihr seht immer wieder unten mein kleines Lager. Und das habe ich nicht, weil ich so ein riesen Autopflege-Fan bin, dass ich von jeder Produktkategorie fünf Wachse und zehn Glasreiniger brauche, sondern das sind die Sachen, die wir brauchen, um sie mit neueren Produkten vergleichen zu können. Das heißt, unten die Flaschen, die wurden effektiv nur ein bis zwei Mal genutzt. Und dann stehen sie bei mir und müssen gelagert werden für spätere Tests. Und das ist der Punkt wirklich, den viele übersehen. Wir werden nicht finanziell oder durch irgendwelche Sachleistungen von Herstellern gesponsert. Und das haben wir von Anfang an gesagt und das wollen wir auch immer so beibehalten. Und deswegen vertraut ihr uns auch und deswegen setzen wir auch viel Vertrauen in euch als Community, weil das einfach ein Miteinander ist, weil wir euch die objektiven, ehrlichen Tests geben können und sagen können, das ist wirklich gut, das lohnt sich, das lohnt sich nicht. Wenn ihr auf andere Kanäle schaut, werdet ihr sehen, dass teilweise Produkte einfach immer super sind, immer toll sind und immer natürlich jede Menge verlinkt wird. Und dazu kommen wir auch nochmal auf den Zweitkanal. Das heißt, wie kann ich die Community richtig schön ausquetschen wie so eine reife Zitrone, um möglichst viel Geld zu kassieren, um mein eigenes Leben zu verschönern. Diese ganzen Themen kommen auch auf den Zweitkanal, auch in den nächsten Tagen, weil jetzt ist es natürlich super interessant, weil es natürlich top aktuell ist. Und bis die Sache jetzt mit Amazon geklärt ist, werde ich jetzt erstmal auf das Ebay-Partnerprogramm umsteigen. Das heißt, ich werde jetzt nach und nach alle Amazon-Links auf Ebay-Links umändern und das funktioniert genauso. Das heißt, wenn ihr dann auf so einen Ebay-Link klickt und darüber was kauft, bekommen wir eine Provision. Das steht auch immer nochmal dabei und ich sage es jetzt auch nochmal, weil es ist was ganz Normales und ich möchte das offen an euch weitergeben. Und selbstverständlich arbeiten wir weiterhin mit unseren drei Shops zusammen und wie das da abläuft, wisst ihr genau. Und ich finde, das ist eigentlich somit die beste Lösung für euch, uns zu unterstützen. Wie das genau funktioniert, wisst ihr ja eigentlich schon über den Gutscheincode und so weiter, brauche ich nicht nochmal erklären. Und damit wollte ich euch einfach mal so ein kleines Update geben, mit was wir uns hier rumschlagen müssen. Es gab ja auch schon eine Anzeige gegen mich, um hier meine Arbeit zu stören. Des Weiteren zähle ich natürlich auch Lars ganz groß hier mit in das Thema rein. Auch er investiert neben seinen acht Stunden Arbeitszeit noch Zeit in den Kanal Hobby-mäßig, um das Ganze hier mit am Leben zu halten. Und da sind wir natürlich ein bisschen pisst, wenn hier solche Menschen kommen und uns dann hier in unserem Tun stören wollen. Ich habe auch schon einen kleinen Facebook-Post abgesetzt, wo ich nochmal erkläre, dass wir in Zukunft etwas anders vorgehen werden. Dadurch, dass wir sehr viel Zeit, Geld und Arbeit hier in diese ganze Sache investieren und uns mit so einem Unsinn dann rumschlagen müssen, sehen wir es nicht ein, dass wir mit solchen Problemen zu kämpfen haben und andere Kanäle spammen fröhlich ihre Affiliate-Links und loben alles über den Himmel und kassieren und zocken euch somit ab. Und damit werden wir in Zukunft alle Kanäle direkt ansprechen, wenn uns da irgendwas auffallen sollte, dass da die Community hinters Licht geführt wird, irgendwelche Ergebnisse gefälscht sind, irgendwelche Sachen als positiv hingestellt werden, obwohl wir genau wissen, dass es nicht 100% funktioniert. Und das werden wir in Zukunft öffentlich ansprechen und auch in den Livestreams da Infos rausgeben, weil es wird Zeit, dass ihr informiert werdet, wie wird hier Geld verdient, wie werdet ihr in eurer Kaufentscheidung beeinflusst, das habe ich auch schon mal hier in meinem ersten Influencer-Video gesagt, wie werdet ihr beeinflusst, Dinge zu kaufen, es werden euch immer wieder neue Sachen hier vors Gesicht gehalten und die sollt ihr kaufen. Es geht am Ende nur ums Geld und das ist das Riesenproblem. Und da wir uns hier in der Autopflegeszene befinden, ist es ja in den anderen Szenen genauso hier im Schminkbereich, im Klamottenbereich, das ist genau das gleiche, Instagram, Facebook, überall, nur Werbung, es fließt unendlich viel Geld für irgendwelche Postings, teilweise bekommen Leute für ein Bild bei Instagram 10.000 Euro und das geht noch viel höher, nur weil sie sich damit irgendeine Uhr ablichten lassen und genau dasselbe betrifft auch hier die Autopflegeszene, es gibt auch bei Instagram da irgendwelche Models, die sich da mit irgendwelchen Autopflegeprodukten fotografieren lassen und dafür Fettkohle abkassieren und das ist natürlich legitim, aber ihr sollt wissen, was da dahinter steht und damit ihr das ganze Thema auch ein bisschen kritischer seht. Ich komme gerade ein bisschen von Thema ab, aber das ist so ein riesengroßes Feld, das muss man einfach mal hier gemeinsam mit euch beleuchten. Jetzt kennt ihr die aktuelle Situation, wir lassen das weiter rechtlich überprüfen und werden da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil das ist mir einfach wert, ich lasse sowas nicht ungestraft und in Zukunft wird ja auch ein etwas anderer Wind wehen auf diesem Kanal und vor allen Dingen in den Livestreams wird offen angesprochen, was hier aktuell Situation ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und wir lassen uns nicht in unserer Arbeit hier abhalten. Ich denke mal, die meisten von euch werden in der Sache da mit uns einhergehen und sagen, lasst euch da nicht unterkriegen. Es gibt auch genug Hater, die unseren Kanal am liebsten von der Bildschirmfläche schaffen wollen, aber euch sei gesagt, lauft euren Idolen hinterher, kauft euch noch einen dritten Wascheimer, kauft euch vier Waschernschuhe und acht Trockentücher, macht das gern und füllt die Taschen derer, die euch schon richtig hier um den Finger gewickelt haben. Dagegen können wir nichts mehr machen, ist uns aber auch völlig egal. Ich zähle hier auf die Personen in der Community, die noch ein bisschen Verstand haben und sich nicht von sowas einlullen lassen und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare stellen. Ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zu dem ganzen Thema Kommentar gelöscht. Wenn ihr eure negative Meinung zum Thema abgeben wollt, dann macht das gern unten, aber scheut dann bitte nicht das Echo. Es ist eine offene Diskussion. Es gibt positive und negative Meinungen zu dem Thema. Lasst da gerne eure Meinung unten da und bezieht echt Position und sagt eure Meinung zu dem ganzen Thema, was hier echt los ist und das ist nur die Spitze des Eisberges. Es wird noch viel mehr kommen, was hier auf uns einstürzt und ihr sollt einfach über alles informiert sein und das wird euch in Zukunft auch noch ein bisschen weiter beeinflussen in eurem Handeln und in eurer Kaufentscheidung, weil es sind Dinge passiert und es werden in Zukunft noch Dinge passieren, die noch weitaus mehr Schaden anrichten als die Sache gerade mit Amazon. Und damit danke ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.